Das letzte Mal bei Five Nights at Freddy's. Ich verprügel dich. Und so geht es weiter. Und so geht es weiter. Was, wenn ich gar nicht will, dass es weiter geht, Mann? Komm, dritte Nacht, auf geht's. Ja, 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 ja. Allein dieser Sound ist schon sehr verstörend. Aber warte mal, wenn es die dritte Nacht ist, dann... Und die schaffen einfach nur zwei Stück, ne? Und ja, auf jeden Fall muten wir den Chor. Mir wird gesagt, hey, hör doch mal hin, der erklärt voll die Story. Aber ich verstehe nur... Ich verstehe nicht, was er labert. So, pass auf. Wir müssen jetzt in jeder Ecke gucken, wo dieser Typ ist. Und dann im Nebenzimmer... Da war er doch, oder? Das Audio-Plane. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen jetzt hier durchscheuchen. Und wenn dieser kleine Junge auftaucht, schnell wegklicken. Schnell, 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 schnell wegklicken. Der war doch gerade da. Der stand da, ne? Jetzt müsste er hier stehen, eigentlich. Oh, oh. Oh, ich glaube, da hat's... Sehr schön. Eigentlich gibt's hier nur einen Animatronic, der uns töten kann, ne? Habt ihr mir gesagt. Das macht das Ganze irgendwie ziemlich einfach. Jetzt verstehe ich auch, was alle meinen. Ähm... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann ich den Ventilator-Dingsbums zumachen soll. Aber es hat ja gut geklappt, als ich hier alles verschlossen habe. So. Ist? Sehr gut. So, wo ist dieser blöde Penner? Äh, kein Junge, der mich anguckt. Steht der hier irgendwo? So. Und wenn wir... Ihr habt mir gesagt, wenn da hinten... Was ist das? Hi. Warum macht das solche Störgeräusche? Was hat das zu bedeuten? Äh, mir wurde gesagt, wenn im Hintergrund irgend... Oh, mein Handy vibriert gerade gleichzeitig. Oh, Video-Error. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Zack. Dann muss man den ignorieren. Und einfach die Kamera nicht schließen. Das wurde mir gesagt. Stimmt das? Haha, ich hoffe es. So. Exit. Alles klar. Das kriegen wir hin, Mann. Das ist easy. Und schon... Warum vibriert das Handy? Es macht mir Angst. Ventilation-Error. Nein! Bitte hör auf damit. Komm schon, komm... Ruft jemand an? Oh, was ist das? Was ist das für ein Zeichen? Was hat das zu bedeuten? Hab ich zugemacht jetzt? Was hat das zu bedeuten, Mann? Oder vielleicht rufen die mich da drin an, weißt du? Also... Die... Das Spiel ist... Leben-übergreifend. Und... Eines dieser Animatronics ruft mich gerade an. Audio-Error. Oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich... Jetzt hab ich komplett den Faden verloren. Ich dachte nämlich, ich hab jetzt alles im Griff. Aber dann hab ich an die Ventilatoren gedacht. Und dachte mir dann... Du hast keine Ahnung, wann ich die Ventilatoren überhaupt anmachen muss und sowas. So, wo ist dieser dumme Junge? So, ich hab ihn, glaub ich, da hingeschreicht. Das war gut. Einfach in die Mitte immer. Dann passt das schon. Ahhhh! Wir leben! Wir leben noch. Alles ist gut! Ich hab's gesehen, wie es mich angeguckt hat. Ich hab's gesehen! Wo steht der Typ? Wo ist der? Wahrscheinlich in den Schächten schon drin. Ich hoffe nicht. Vielleicht dieser Ventilatoren-Error. Vielleicht hat er mir gesagt, dass, hey, du hast es geschafft, ihn aufzuhalten, aber es wurde leider ein bisschen demoliert und deswegen musst du es kurz reparieren. Ich mache einfach hier die Audio-Ganzerzeit. Das passt schon. Video-Error. Ah. Nein, 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 nicht Ventilation-Error. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, komm schon. Mach renne. Okay. Da war der Junge. Der Junge war da. Der Junge war da. Ich habe schnell weggeklickt. Seht ihr, ich kann das. Map-Toggle ist zu, ne? Sehr schön. So, wir spielen die ganze Zeit die Audio einfach weiter. Einfach die Audio weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Dieses Blöck. Wann muss ich diese dummen Schächte zumachen? Ich verstehe das nicht. Ist das dieser Typ, der mich umbringen kann? Das heißt, ich muss ihn jetzt die ganze Zeit rumscheuchen, oder? So war das, glaube ich, oder? Komm, wir verschließen jetzt erst mal... Ähm, ich glaube, der kommt immer durch diesen Scherch da. Das ist ganz gut. Komm mal, wir haben bis drei Uhr morgens überlebt. Das kriegen wir schon hin. So, lass mal jetzt hier ganz gemütlich rumschauen. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz anders spielen. Ich glaube, wir müssen jetzt immer alles schön angucken. Und einfach, einfach langsamer spielen. Im alten Teil war das ja so, zack, 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 klick, 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 klick. Weißt du? Das war ja im alten Teil so. Ganz schnell sein. Schnell reagieren und so ein Scheiß. Ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn nicht. Okay, da passiert nichts. Aber es ist auch schön, wie in jedem Teil eigentlich irgendwie ein anderes Spielprinzip da ist, ne? Also es ist immer wieder anders. Das finde ich gut. Natürlich könnte man jetzt mal in einem Spielprinzip es besser als das andere. Dieses hektische, zack, 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 ist vielleicht ein bisschen besser. Aber... Videoerror. Oh, oh, gut. Einmal reparieren. So, ich hoffe, der Typ macht jetzt keine Faxen. Ich habe jetzt gar nicht die Audio gespielt, ne? Nicht, dass das jetzt zu Problemen führt. So. Wo ist denn der Typ? Ich sehe nicht. Ich finde ihn nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ah, habt ihr es gesehen? Habt ihr es im Schacht gehört? Ah! Hab ihn zugemacht. Hab ihn zugemacht. Ventilation Error. Nicht, nein, nein, nein. Kein Ventilation Error, während ich ein Ventilation zumache, bitte. Komm, hör auf damit. Oh Gott. Nein, 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 nein. Du es nicht, du es nicht. Ich habe aus dem Spiel getappt. Na, bin ich schon tot? Heißt, ich habe ihn jetzt aufgehalten? War das richtig? Ich hoffe doch. Scheiße. Wo ist der? Egal, gut. Komm, wir haben jetzt Audio gespielt. Das ist doch ganz gut eigentlich. Oh, ich dachte schon. Ah, da ist der Junge. Nein, nein, nein. Hör auf zu tanzen. Aber mir wurde gesagt, ich soll ihn ignorieren. Hopp. Da war diese blöde Foxy. Ausgewichen. Sehr gut. Hey, guck mal. Wir kriegen es langsam hin, oder? Langsam, aber sicher verstehe ich das Spiel. Ich verstehe noch nicht alle, aber... Hello. Hello. Video-Error. Zack. Wer ist in diesen Schächten? Verdammt, habe ich schon verkackt? Ich hätte die Audio mehr spielen müssen. Mann. Hör auf der Mitte, hör auf der Mitte. Kommt... Ich habe dieses Geräusch... Nee, der war da nicht. Der war da nicht. Komm. Einfach die Audio-Ganzheit da drin spielen. Schau ich ihn... Ach, du Kacke. Ist zu. Hier ist zu. Du kommst da nicht hin. Audio-Error. Okay, wir haben es zu oft eingesetzt. Gut. Wurde mir auch gesagt, dass ich mich so oft einsetzen darf eigentlich. Na, komm schon. Lass mich die Nacht sechs übernehmen. Äh, fünf, drei. Ich bin schon in der Zukunft. Irgendwo kann man hier auch... Ah, guck mal, der hat so eine Quietschennase. So. Das habe ich auch gelesen in den Kommentaren. Ventilation-Error. Oh-oh. Ventilation-Error fixen. Komm schon. Wir wissen genau, was wir hier zu tun haben. Nein. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch, dieses... Mepp, 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 mepp. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Hello. Ich spiele einfach da in die Mitte immer. Das Gefühl, das klappt ganz gut. So, und es gibt ja auch sehr viele... Oh, 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 oh. Sehr viele Easter Eggs, wurde mir gesagt. Ah. Zumachen, 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 zumachen. Jawohl. Nein, nein, da war dieses dumme... Okay. Ignorieren. Ignorieren. Wenn er da... Weg. Video-Error. Oh. Oh, bitte, 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 lass es. Hey, 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 hey. Okay, ist zu, ist zu, ist zu, ist zu. Ich hab's zugemacht. Immer noch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hi. Hi. Einfach mal in die Mitte, klappt ganz gut. Du-du-di-da-da-da-da. Schubi-du-bi-schubi-da. Hi. Okay, der ist immer noch ganz gechillt. Gut. Schön. Ah, ah, da war das Ding. Ah, der hat sich wieder bewegt. Warte mal, ist der weg? Ne, der ist irgendwo, irgendwo bewegte sich, weil... Komm schon. Mann, ich steh nicht auf der Abstrap. So, bin wahrscheinlich der Erste, der diesen Witz macht, ja? Nerd. Ist du irgendwo hier in der Nähe? Mann, wie ist denn die Schächte reingekommen? Ich hasse das. Was hab ich falsch gemacht? Was hab ich falsch gemacht, sodass er in die Schächte kam? Oh, wie die Weaver. Komm, 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 komm. Einmal ganz kurz fixen. Easy. Easy peasy. Haltet die Schnauze, ihr Kinder. Haltet die Schnauze. Mini-Spielchen. Ah, ist der. Okay, komm. Diesmal folge ich dem Typen nicht. Ich geh mal woanders hin. Wahrscheinlich gibt es hier auch ganz viele SDX. Nein, 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 nein. Ich follow dir nicht. Warte mal, ich geh jetzt mal ganz kurz. Ich bin eine Ente oder ein Küken. Und ich geh jetzt mal wo ganz anders hin, mein Lieber. Wo ganz anders hin. Und zwar hier hin. Ähm. Kann ich vielleicht Sachen anklicken? Follow me. Oh, drei, neun, fünf, zwei, vier, acht. Das ist ein Easter Egg. Das ist ein Easter Egg. Muss ich mir aufschreiben. Warte mal, warte mal, warte mal. Drei, neun. Wow, warte mal. Drei, neun, fünf, zwei, vier, acht. Zwei, vier, acht. Gut, wahrscheinlich kann man die Nächte dann. Warte, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, eine Custom Nacht ist das. Follow me, follow me. I follow you, I follow you. Shub, shub, shubi-du. Du wirst mich doch sowieso wieder umlegen. Ich kenn dich doch. Ja, der führt mich jetzt wieder zum Ausgang. Okay, hier ist kein Easter Egg. Super. Ich muss pinkeln so nebenbei, wenn ich das Wasser hier sehe. Das macht es nicht einfacher. Aber wir sind doch wieder hier jetzt. Warte mal, was, wenn ich jetzt hier so weitergehe? Pass auf. Und wieder zurück einfach. So, nope. Ich denk mir so, nope. Was, wenn ich jetzt da runtergehe? Na, guck mal hier. Hier flüchte ich jetzt. Nein. Ja, dann leg mich um. Komm, leg mich um. Was passiert jetzt? Error. Ja. Und wieder tot. Okay, gut, gut. Wir haben ein Easter Egg gefunden. Super. Die vierte Nacht. Ey, ganz ehrlich, ich finde irgendwie dieses Five Nights at Freddy's ziemlich, also ich finde es irgendwie besser. Tut mir leid, wenn ich jetzt... Halt die Klappe, warte, warte. Wir machen in der nächsten Folge weiter von Five Nights at Freddy's. Ich finde die Folge besser. Ey, das... Diesen Teil, ganz ehrlich. Irgendwie gefällt er mir. Naja, vielleicht, weil ich es langsam verstehe. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wechselt eure Windeln. Denn morgen braucht ihr wieder neue. Bis dann.